Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu dieser ersten Folge DJZ News im neuen Jahr 2018. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Von mir erst einmal frohes neues Jahr und viel Weidmannsheil. Und nun zur ersten und zugleich traurigen Meldung für dieses Jahr. Am zurückliegenden Neujahrstag ist Klaus Robert Akte gestorben. Der gebürtige Hamburger wurde 1926 geboren. Bereits von Kindesbeinen an war sein Leben jagdlich geprägt. 1998 gründete er die Stiftung Wald und Wild Mecklenburg-Vorpommern. Auch nach dem Tod geht seine Liebe zu Wald und Wild weiter, denn sein Erbe geht an die von ihm gegründete Stiftung. Und nun von Nord nach Süd. In Offenburg in Baden-Württemberg sorgte eine Kuh für lange Verspätung bei der Bahn. Gegen 5.45 Uhr meldete ein Zugführer die Kuh auf den Gleisen. Daraufhin wurde die Strecke gesperrt und ein Jäger gerufen. Er erlegte das Tier. Insgesamt sorgte der Zwischenfall für 320 Minuten Verspätung. Einen Hilferuf gab es auch in Dieburg in Hessen. Eine Bewohnerin aus Otzberg alarmierte die Polizei, weil eine Sau in ihrem Pool im Garten schwamm. Die Polizisten alarmierten daraufhin umgehend einen Jäger. Doch dessen Eintreffen wartete der borstige Badegast nicht ab. Nach etlichen Runden im Pool flüchtete die Sau. Durch die Nachbarsgärten suchte sie das Weite. Am Pool entstand erheblicher Sachschaden. In Bad Kreuznach endete der Gartenbesuch einer Sau dagegen nicht so glimpflich. Anwohner meldeten der Polizei das aggressive Borstentier, das in ihrem Garten wüte und sogar Hunde angreifen würde. Polizisten rückten daraufhin aus und beendeten die Angelegenheit mit ihren Dienstwaffen. Mit mehreren Schüssen erlegten sie das Stück. Und zum Abschluss noch etwas Erfreuliches. In Hessen werden die blauen Wildwarenreflektoren für Straßenleitposten seit kurzem von Hessen Mobil wieder genehmigt. Seit Oktober waren die Warner nicht mehr genehmigt worden, weil sie angeblich wirkungslos sind. Bis Februar sollen sie nun wieder genehmigt werden. Dann ist das Thema erneut Gesprächspunkt im hessischen Verkehrsministerium. Das waren die ersten Jäger-Nachrichten für das neue Jahr. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weitmannsheil.